Musik 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 Okay, so schlimm sind die jetzt nicht. Geben aber relativ gute Seelen. Tarnisch rumspringen. Oh, das würde helfen. Oder auch nicht. Zu viele Wauwows. Let's do it. Bestienmensch von... Okay, den werde ich definitiv nicht besiegen. Uh. Das war aufregend. Kann sein, dass hier direkt ein Bosskampf ist. Den ich nicht versuchen will. Mann. Das regt mich so auf gerade. Warum bin ich denn hier reingegangen? Ohne ein Level zu verteilen. Das ist so dumm. Kann einfach aufgeben. Bringt eh nichts. Einfach aufgeben. Auf die 3500 Seelenscheißen, die ich mir hart erfarmt habe. Und es einfach runterschlucken. Hol die Seelen, verlass das Spiel. Ja, aber starte ich da nicht automatisch, äh... Ich glaube auch nicht, dass ich das Spiel einfach so verlassen kann. Oder meinst du, dass das geht? Ich würde sagen, ich versuche all der vier, weil anders sehe ich da kein Land, glaube ich. All der vier ist... Nein, wir spawnen davor und wir haben tatsächlich unsere Seelen. Boah, Gott, es hat funktioniert. Geil, oh. Ich habe Angst, dass ich gleich plötzlich vor einem Boss stehe. Unerwarteterweise. Ja, 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 ich sehe es schon durch das Tor. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hatte keinen Fall. Na, was ist das denn? Ah, ist das so ein Riesentyp? Nein. Nein. Nö. Nö. Diesmal nicht. Ob ich von hier da einen Planschangriff aufmache? Ja, natürlich kriege ich das. Oh, no. Oder ich fahre daneben und sterbe. Das geht auch. Großschwert, das... Nö, äh. Oh, scheiße. Ich verstehe. Sagen Sie doch, dass Sie nicht möchten, dass ich Sie besuchen komme. Ah, ich töte deine Babys. Du kannst nichts dagegen machen, weil du zu langsam bist. Okay, so mal... Oh, okay. Ich kann was machen. Oh, ich kann wirklich was machen. Oh, 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 oh. Okay, vielleicht... I shouldn't have done that, vielleicht, maybe. Ich werde nicht länger procrastinaten, ich werde... Oh, was haben wir hier gefunden? Ladies and gentlemen, we got him. Ich habe ihn zu spät gesehen. Ah! Ich dachte, mir kam das schon bekannt vor. Wo bin ich denn hier eigentlich, sag mal? Das ist wieder... Oh! Das tut mir leid, ich habe mich geschreckt. Okay, gehen wir da nicht lang. Das ist zu langsam. Das komme ich nicht klar. Got you, bitch! Und Rap hat auch noch. Ja, okay. Mal eben den wir sieben. So wie jeden Gegner in der Elden Ring. Kann man mal eben wie sieben. Scheiß, die Wanderer. Und der Damage von dem ist auch... Ey, ihr müsst überlegen. Im Prinzip bin ich jetzt überlevelt für das Gebiet. Jo. Oh, my fucking God. Wieso sind die denn alle so mega-Headmoat-Team-Stark, ey? Oder ich nehme mir mal vor, das und das und das zu machen? In dem Livestream? Hallo? Oh, wow! Was ist das denn? Nein, ich mag das nicht. Ich laufe weg. Ich hab nicht mal Zeit, das zu lesen, weil... Bin ich das Ding immer noch verfolgt. Why are you running? Mann, und da liegt noch so ein Ding. Möchte ich auch haben. Kann ich aber nicht, weil ich sterben werde. Und jetzt die Spock da einfach! Gibt es doch gar nicht, Mann! Ey, wollen diese Wichs-Gegner mich eigentlich verarschen? Mann, ich komm nicht ran! Ja, fuck dich fest und teleportier dich weg! Oh, fuck da, Hurensohn! So, Ruhe jetzt hier. Great job! Schnell, aktivieren, aktivieren, aktivieren! Kann ich rasten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, guckt euch an, wie heftig die sind. Ich frag mich, ob ich da jetzt auch automatisch sporene. Ich glaube, die mögen mich nicht. Ja! Diese hat passiert, wenn man nicht auf die Straße guckt, wenn man fährt. Nicht runterspring, Kollege! Kann der, der überhaupt runterfallen? Ähm. Eine Frage wurde so eben beantwortet. What could go wrong? Das zum Beispiel, dass man über sein Ziel hinausflößt. Dann doch lieber... Ja, hu 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 hu! Oh, das hat Schaden gemacht. Nur zum Thema, ich bin überlevelt. Ach so, schwer sind die jetzt nicht. Oh, der kann den anschießen. Das kann ich dir reposten. Wie geil ist das denn? I'm joking! Stop! 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 Okay, then. Oh, Gott. Ja, genau das nämlich. Genau das nämlich. Das Pferd ist so kacke zu steuern, dass du nicht mal eben so... Genau. Deutschlander von Maika. Vom Würstchen das Beste. Guckt euch die HP von dem Mann. Omae wa mou shindeiru. NANI? Bye! Hahaha! Let's see where it takes. Very high up. Bäh! Und dann direkt wieder runter und in den Tor. Okay, danke. Danke, Spiel. Aua, lass mich in Ruhe. Feuer! Wo bleibt denn das Feuer? Jetzt kommt es natürlich nicht mehr. Was soll denn das? Ja, jetzt kommt es. Toll. Ich werde auch gebrutzelt. Ach, Mann. Ich will nicht sterben. Mann! Hilfe! Blöde Dinger. Und ich wollte eigentlich nicht springen. Oh, oh. Wow! Wirklich jetzt? Come on, Alter. Ich war doch schon da. Mann! Jetzt kommt das Ding einfach nicht mehr, oder was? Kommt einfach nicht. Ich hätte doch locker durchrennen können. Ja, jetzt werde ich wieder sterben. Wetten! Da! Stamm! Da haben wir es hier. Ah, ich mag sowas nicht. Ich habe immer Angst runterzufallen und zu sterben. Ah, genau das nämlich. Genau das nämlich. Genau. Jetzt muss ich mir glatt mal hier ein kleines Döschen aufmachen. Ich habe ja geschrieben, dass ich heute wahrscheinlich auch was trinken werde. Das Zeug habe ich hier noch nie probiert. Desperados mit Mojito. Hat auf jeden Fall 5,9 Umdrehungen. Jetzt gerade meine Frau durch die Kamera an. Das schmeckt wie flüssige Zahnpasta mit Kohlensäure. Mh, Zahnpasta-Bier. Oh, das ist so eklig. Ich trinke gerade Zahnpasta. From Software-Spieler haben das gerne mal, dass man so eine Sache hat, wo man nicht ausweicht. Da ist ein fucking... Das stimmt, der Sarg jetzt weg. Er fliegt weg. Gell recht. Er fliegt wirklich weg. Ich habe das doch nur so gesagt. Iiii, Ameisen schon wieder. Iiii. Iiii. Ramm-Ameisen. Holy shit, macht die Damage. Oh, da war ein Abbrot. Wenn er nicht sowas macht. Oh, das ist ein viel Damage. Okay. 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 Literally one fucking hit. Literally. I'm a fire in my way, Lord. Oh. Literally one fucking hit. Nice. So, wo ist denn jetzt der Host? Der Host versteckt sich hier irgendwo. Hier? Nein, hier nicht. Oh, Host, wo bist du? Er muss irgendwo hier sein, aber ich weiß nicht wo. Ah, da ist der Host. You're gonna die. Ja, der Jäger kam zu spät, der gerufen wurde. Der rennt hier wahrscheinlich immer noch in der Welt rum und sucht uns. Ich wusste doch, dass er getarnt sein muss. Das kann ja nicht sein, dass ich ihn nicht finde. Aber man muss zugeben, er hat sich gut getarnt. Als Baum, neben dem Baum. Dragon Balls. Was ist das für eine krasse Web-Mart? Yo, einer hab ich da hinten noch erwischt. Ha, ha. Hab ich auch nie gesehen. Wow. Splat. Okay, dass die halt auch wirklich lange den Schaden von den Dingern... Äh. Hallo? Okay, then. Ich kann das nicht aktivieren. What the fuck? Kommt mir bekannt vor. Höh. Hallo? Irgendwie ist der Trigger-Punkt so ein bisschen... Hier versuchen. Ein bisschen verrutscht. Ich sitze ich jetzt auch da weit von entfernt. Ja, tatsächlich. Normalerweise planscht der wahrscheinlich von irgendwo runter und trifft einen. Ich hatte wahrscheinlich aber nur Glück. Nein, natürlich nicht. Das ist alles Können. Pures Können ist das. Warum hab ich nicht getroffen? Ja. Jetzt wurde ich getroffen. Das hab ich davon. Ja, ist ja gut. Ist schon gut. Das hab ich davon. Ja. Mit Sicherheit. Genau.